Willkommen zurück zu Top Rider 4. Ja, und hier müssen wir jetzt 4 Liter da reinbringen. Und wir haben ein, ist ein quasi Mathe, da muss mal Mathe ein bisschen gut sein. Wir haben einen 5 Liter Dings und einen 3 Liter. So, der ist jetzt voll. 3 Liter, ja, die kombiniere ich mal mit dem Großen. Jetzt sind da 3 Liter drin, ne? So, jetzt mache ich, ja doch, warte, jetzt mache ich den Kleinen wieder voll. Dann kombiniere ich den Kleinen mit den Großen nochmal. Da sind jetzt 5 Liter drin und hier ist jetzt 1 Liter drin. So, jetzt werde ich den Großen benutzen und leer machen. Weil, wir wollen ja keine 5 Liter, ne? Jetzt nehme ich den Kleinen und kombiniere ihn wieder mit den Großen. Dann ist im Großen 1 Liter drin. So, jetzt fülle ich den Kleinen wieder. Und der fässt ja 3 Liter. Und kombiniere ihn auch nochmal mit den Großen. Und wir haben 4 Liter in den Großen. Genau. Na, so schwer war es jetzt doch nicht, ne? So, ach, müssen wir anklicken. Ja, benutzen. 4 Liter rein. Wie eine Feder das ausgleichen kann, auch komisch. Jetzt ist hier wieder ein Loch auf und da hinten der Rübel bleibt auch drin. Ach ja, wenn er übrigens, äh, das falsch macht und der Rübel rauskommt, könnte er den natürlich mit der Schrot, ich weiß das nicht, 3, 4 Schuss ist der auch tot. Wenn er es dann aber wieder falsch macht, äh, kommt der Rübel nochmal, ne? Er kommt jedes Mal, wenn, solange ihr das falsch macht. Ist auch, äh, etwas lustig, finde ich. So, dann gehen wir mal hier runter. In den nächsten Raum. Ist das wieder jetzt hier mit? Ah, jetzt ist sie tot. Oh, jetzt hat sie sie. So, hier wieder. Äh. Und nach vorne. Tja. Ja. Oh, voll erwischt. Aber ist nicht so schlimm. Blöden Fledermäuse. Wir nehmen mal ein kleines, ein kleines Midi-Pack. Haben ja 19 noch und 51. Ja, hallo. Das ist reichlich. So, die brauchen wir dann hier wieder. So. Alles klar. Ich glaube, ich glaube, für mich ist das hier das beste Rätsel im ganzen Spiel. Weil ich bei dem Rätsel... Ah, ja. Du bleibst auch da drin. Hoffe ich doch. So. Was müssen wir denn jetzt hier? Ein Liter. Ach, ein Liter ist leicht. Ein Liter ist leicht. Wir machen die kleine Flasche voll. Äh. Wir kombinieren die mit der großen. Jetzt sind sie in der großen drei Liter. So, jetzt benutze ich wieder die kleine. Und natürlich kombiniere ich sie mit der großen. Und da sind jetzt fünf Liter drin. Und hier ist jetzt bloß ein Liter drin. Ja, so eine Rätsel hätten sie öfters machen sollen. Da hätte ich dann... ...mein Vergnügen mit. So. Aber irgendwie ist... ...die Seite weiter unten, ne? Aber ich dachte immer, das müsste... ...genau waagerecht sein. So, und jetzt speichern wir hier mal. Denn wir wollen das ja nicht alles nochmal machen. Nehmen wir mal den dritten Platz. So. So, ich weiß jetzt gar nicht. Kam jetzt noch ein, äh... War das nicht nur drei? Oder waren das vier Wasserrätsel? Ah, ne. Es waren nur drei. Okay. Ähm. Ja. Warte mal, kann ich da nicht hier gleich so... ...äh, irgendwie runter? Ach, und ich muss hier nochmal in den Nebenraum, glaube ich. Geht sie da? Äh. Wieso macht sie da einen Hänger? Geh mal rum hier. Geh mal noch eins rum. Geh mal runter. Da unten steht er übrigens. Da ganz unten. Aber es ist noch nicht der Boss. Ich glaube, ich muss hier erstmal her, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht genau. Äh. Ach, ne. Ja, hier kommt, äh, wenn das zugeklappt ist, kommt hier der... Äh, 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 wie heißt das nochmal? Was der Typ uns weggenommen hat. Dieses Artefakt, ne? Genau. Ne, hier müssen wir noch hin. Nachher. Genau. Jetzt aber nicht. So, ich hoffe mal, ich kann hier wieder hochklettern. Und weiter. Nein! Ach, hier muss man... Hier muss man komplett klettern. Hier kann man das nicht so machen. Boah, das ist ja übel. Äh, ja, 16. 16 Stunden. Spiele ich schon an dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, wie oft man gespeichert hat. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Können wir ja beim nächsten Mal dann auch mal gucken. So, das einzige Vorteil ist, dass wir jetzt nicht, ähm... Moment. Achso, ne, wir mussten ja hier sowieso erstmal runter. Genau. So. Dann kriege ich jetzt mal ganz gemütlich. Anscheinend kann man das hier. Ich habe wirklich gleich den Knopf wieder gedrückt gehalten. Und sie hat sich, äh, wahrscheinlich durch das Licht hier... So, hier brauchen wir ja jetzt nicht reingehen. Hier müssen wir später dann nochmal rein, wenn wir dieses Artefakt wieder haben. Ja, der Boss ist eigentlich... Also, kämpfen muss man nicht gegen den. Man muss eigentlich, ähm... Ja, Dinge aktivieren und so, ne, also... Ja, ihr werdet ja sehen. So, loslassen. Jetzt zeigen sie erstmal. Wir müssen erstmal dann auch ganz runter hier. Und das ist hier nicht der Boss, wie gesagt. Das ist eigentlich der, der den, äh... Den... Na, ich weiß jetzt nicht mal, wie der andere heißt. Der Böse. Den soll... Er soll den eigentlich aufhalten. Z, ne, heißt der andere, glaube ich. So, speichern wir mal hier kurz. Ah, ne, nicht in den Blenden. Gehen wir mal ein Stück zurück. Können ja schon mal in die Ausgangsposition gehen. Ich muss bloß gucken. Komme ich hier in das Wasser? Da vielleicht so. Ich darf wohl nicht gegen Felsen da rumklatschen. Äh, kann ich dann hier eins zurück? Ja, ich kann eins zurück. Speichere hier aber trotzdem mal. Auf einen neuen Platz. Und ich hoffe, ich bekomme das gleich hin, weil der Boss, äh, tut natürlich, äh, auf uns schießen. Die ganze Zeit. Ich glaube, zum Anfang schießt er mit... Jawoll. Das war doch mal ein klassischer, geiler Köpper. Wo kann ich hier raus? So. Wir müssen als erstes... Genau, die vier Figuren... Warum sagt sie denn No? Die vier Figuren hier rauf, äh, machen? Hat sie auch wieder No gesagt. Kann ja nur ein Bug sein, ne? No. No. Aber macht's trotzdem. Lara, Lara, Lara. Jetzt werden wir unseren ganzen Krempel hier auch mal los. No. Ja, sag mal weiter No. So. Und müssen nur hierher gehen. Die Rüstung legt sie ihn alleine an. Das Artefakt meinte ich. Ach, das hatten wir doch. Aber ne, das konnten wir noch nicht benutzen, weil wir es denen ja erst geben müssen. Stimmt. Die Rüstung legt sie ihn, Untertitelung des ZDF, 2020 Mein schwacher Cousin ist wieder zu den Sternen zurückgekehrt und ich werde einmal mehr derjenige sein, der die Welt beherrscht. Dritter Vorrat, verneige dich vor deinem Gott, bevor deine wehntlose Existenz vernichtet wird. Joa. Und ihr habt gesehen, das Artefakt ist im Wasser gefallen. Das müssen wir uns als erstes holen. So, und er schießt jetzt hier mit. Hui, geh weg. Oh, Moment. Vielleicht sehe ich das auch. Sieht nämlich ziemlich dunkel hier aus. Na, wären wir schon. Das war... Lara. Nein, du gehst nicht hoch. Nein, hier war es auch nicht. Artefakt, wo bist du? Ich schwimme extra nicht so schnell, weil ich es nicht verpasse. Ach, hier ist es. Da habt ihr gesehen. Ey. Penner, ist meins. Ich weiß, ich brauche Luft, aber ich will erst mal ein Stück weg von dem. Und der schießt natürlich die ganze Zeit auf uns jetzt hier. Äh, ich muss jetzt mal überlegen, wo ich hier an der Seite hochkam. Ey. Hör auf damit. Ich suche jetzt eigentlich den Punkt... Äh, ich glaube, hier war das. Konnte ich hier hoch? Ja. So, hier müssen wir... Ne, hier müssen wir noch nicht rein. Ähm. Okay, dann war das auf der anderen Seite. Dann gab es hier zwei Seiten, wo man hinkonnte. Hier auch nochmal. Hörst du auf sie schießen? Kleiner Mistmale. So, hier ist auf. Aber hier schießt er rein. Das ist auch so ein Problem. Und hier gibt es nochmal Munition, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Deswegen speichere ich hier auch erst mal. Äh, äh, ähm. Ja, komm, auf den. Das ist ein bisschen nervig. Also man ist dann irgendwie unter Zeitdruck, weil er die ganze Zeit auf einen schießt. Ich glaube, man kann sogar auch brennen. So. Jetzt lädt er. Hört ihr das? Hört ihr das? Der will nicht, dass ich den Schalter hier mache. Jetzt geht die andere Seite Tür auf. Den konnten wir nochmal ausweichen. Hihi. Hihi. Aua. Sau. Hör auf damit. So, und jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Und dann müssen wir weiter höher. Oh, er richtet sich schon wieder aus. Ja, ja. Wisst ihr was? Ich mach hier gleich den... So, geh hier. Das hab ich leider durch mein... Ich wollte natürlich keinen Schaden nehmen. Hier könnt ihr nochmal ein kleines, äh, Medipack mitnehmen. Ich glaub, wir nehmen auch gleich mal eins. Und speichern wieder. So, und speichern hier nochmal. Uiuiui. Bis jetzt ging's ja ganz gut. Ähm... Ja. Auf den nächsten gleich. So, jetzt haben wir beide aktiviert. Und jetzt müssten wir quasi nach oben gelangen. Wieder in diesen weißen Strahl, von dem wir ganz zum Anfang hier runter ins Wasser gesprungen sind. Da müssen wir jetzt wieder hin. Und wieso? Äh, Moment. Moment, ich muss doch... Ich geh nochmal... Man muss nämlich von einem von den... Dingern... Moment. Man war ja hier vorne. Ja, gut. Solange ich nicht brenne, ist es ja okay. So, man musste doch... Hier irgendwie, ne? Ne, da noch nicht. Darüber. Ach, Mist. Mist, nochmal zurück. Ich glaub, wir müssen da hin, ja. Ich muss auch nochmal zurück. Ah, der macht schon ganz schön Schaden, der Junge. Hör mal auf damit. So, ich glaub, wir müssen nur hier rüberspringen. Und dann ist hier nichts. Achso, da rüberspringen. Genau, aber... Genau, aber... Nein! Ah, ich muss mir mehr Zeit lassen dabei. Das wird so nichts. Jetzt... Wir müssen nur die ganze Strecke nochmal gehen. So... Hier einfach rüberspringen. Lava. Ja. Gott sei Dank, hier hat's es geschafft. Aber hier sollten wir jetzt... wirklich abmessen. Hier hoch. Aua. Hier hoch. Hör auf! Ne, hier hoch muss ich gar nicht. Ich... muss da... da rüber. Hier hin, ne? Ne, das ist der Raum. Äh? Ich war schon richtig, glaub ich. Ne, hier ist ja... Mist. Ah, müssen wir... müssen wir nochmal gehen. Ich bin doch ganz schön nervös, Leute. Weil der einen hier ganz schön zusetzt. Man muss aufs Leben achten. und... Und... So. Der macht... Der macht doch... Der macht doch nicht grad wenig Schaden. Muss ich sagen. So. Jetzt ist sie hier wenigstens richtig aufgekommen. So, hier... Hier müssen wir wieder lang... lang... Langsam machen. Es geht hier auf jeden Fall hoch. Ich weiß das. Dann... ging's doch hier hoch. Hör auf! Äh, äh. Und der trifft auch immer noch. Ich würd mal sagen, ich nehm hier noch ein kleines und, äh, speicher mal. Sicher ist sicher. Ja. Hm, ich glaube in einem Part. Ich versuch's jetzt in dem Part zu schaffen. Da muss ich mal gucken. Ja, ich muss da rüber. So. Den Schaden müssen wir jetzt mal ignorieren. So. Ähm. Medipack. Wie komm ich denn jetzt hier, ähm... weiter? Ähm... Von da bin ich gekommen. Musst ja eigentlich nach da, ne? Ich muss schon wieder ein Medipack nehmen. Mal gucken. Boah, ich weiß das nicht mehr. Ich muss da rüber... Ich versuch grad, hier zu gucken. Ne, von da unten sind wir ja... Da unten sind wir ja... langgekommen. Oder hier hoch? Oder da rüber? Ne, da waren wir doch da oben. Oh, jetzt gehen wir nicht auf den Keks hier. Von da oben sind wir doch hier rüber gesprungen. Und dann sind wir von da unten gekommen. Da hochgeklettert. Da, da, da. Also, meines Erachtens muss das eigentlich, äh... Muss das eigentlich hier sein. Irgendwo auf der Seite. Weiter gehen. Wir sind gleich tot hier. Hm. Ich... Ich... Ich seh aber auch nichts. Ja, prima. Oh, Mann. Ich hab da echt nichts gesehen. Dass da irgendwo weiter... Weiter geht. Komischerweise. Ich weiß aber, wir müssen da irgendwie hoch. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, jetzt hab ich... Jetzt hab ich geschlafen. Das war jetzt meine Schuld. Moment, wir müssen andere Seite lang. Aber ja, wir sollten nicht schätzen. Aber andererseits, äh... Moment. Ich könnte doch... Hab ich nicht da oben irgendwie geladen? Äh, nicht speichern. Ich hab doch... Hier unten, ja. Deswegen hab ich's doch gemacht. Oder habt ihr da jetzt irgendwo gesehen, wo ich weiter könnte? Das... Ich hab da überhaupt nichts gesehen. Hier... Ja, warum soll ich jetzt da... Rüberspringen, wenn da nix ist? Ach, und hier ist noch ein Medipack. Gnädig. Doch, wir müssen... Wir müssen da... Wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Auf jeden Fall. Ich weiß das. Es geht ja auch gar nicht woanders irgendwo lang. Ich hab's bloß noch nicht gesehen. Wo's da weiter geht. Der nervt halt. Das Medipack lass ich jetzt aber liegen. So. 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 So, und dann muss man... Ja, da rüber muss ich. Aber der... Der Felsen hier... Ich muss da drüben hin. Oder kann ich mich da hinhangeln? Moment. Wir nehmen mal hier noch ein kleines... Ah, seht ihr? Der Felsen ist voll im Weg, ey. Wie scheiße ist das denn? Das haben die doch mit Absicht gemacht, oder? Ich hab da drüben auf der anderen Seite aber schon gesehen... So einen kleinen... Ähm... Einen kleinen Eingang. Wie Art Höhle wieder mäßig. Und da müssen wir hin. Oh, ich müsste erst mal einen Schnitt... Eigentlich müsste ich erst mal einen Schnitt machen. Woher nimmt der denn die ganze Energie, ey? Oder kann ich hier... Äh... Vielleicht... Moment. Ne, kann ich auch nicht, ne? So, gucken wir uns das nochmal genauer an. Ich muss... Kann ich hier eventuell... Griechen? Hier nicht. Kann ich hier? Ne, aber ich könnte mich... Äh... Nein. Ich wollte einen Medipack... Verbrauchen. Erst... Erstmal die kleinen... Ach, vielleicht da an die Wand ran springen. Da. Da, so. Ich weiß nicht wohin, Leute. Ich muss es einfach probieren. Da, so, hinten hinspringen. Ah. Genau, genau hier wollte ich hin. So. Nein. Nein, nein, nein. Na gut, Leute. Ich mach hier einen Schnitt. Ähm... Bin aber gleich wieder da. Ich lad das nochmal neu und dann fangen wir... nochmal an. Ich weiß ja jetzt, wo ich hinspringen muss. Okay, dann sag ich mal... Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Top Rider 4 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.